Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, ich möchte euch einfach diese Alu-Fair-Friedung präsentieren. Und zwar, das ist einfach ein Top, es gehört zu den Top-Bestseller von Forever-Produkten und von daher kann ich euch einfach nur empfehlen. Und das Produkt enthält einfach viele tolle Inhaltsstoffe wie Orangen und Trauben. Und es ist einfach für Sportler, die einfach, oder für Menschen, die einfach fit bleiben wollen, ist es einfach für sie geeignet. Also, und es ist einfach mit wertvollen Nähstoffen einfach so, ja. Und von daher kann ich euch einfach empfehlen. Also, wie gesagt, es ist einfach beliebt bei Sportlern, aktiven Menschen und denen, die es bleiben möchten. Also, von daher kann ich euch einfach nur weiter empfehlen. In Forever-Friedung haben sie einfach 89% Aloe Vera Gel und das ist einfach ein wahres Fitnessgetränk. Und es ist einfach auch mit Orangensaftkonzentrat. Und wir haben auch Träne, zum Beispiel viele andere tolle Inhaltsstoffe, wie sie auch hier sehen. Also, sie haben MSM einfach drin und sie haben auch Glycosamin-Insulfat drin und sie haben auch Gondrointin einfach drin. Und von daher ist es einfach sehr gut für unseren Körper. Also, von daher kann ich euch einfach nur weiterempfehlen. Und von daher, ja, und hier haben sie einfach, haben wir einfach nur gelistet, wie viele Gramm oder Milligramm tatsächlich drin ist. Und von daher können sie einfach lesen und wissen, wie reich es wirklich ist an Vitaminen oder an Aloe Vera oder an anderen Produkten. Und von daher kann ich euch einfach nur empfehlen, was weiter zu testen. Und wenn sie einfach begeistert sind, dann können sie einfach da bleiben und weiter einfach benutzen. Ich freue mich einfach auf ihre Anregungen im Kommentar auf meinem Kanal.